fällt es ihnen auch schwer ein glas mit bloßen händen zu öffnen oder versuchen sie auch mit tricks zu arbeiten aber selbst der gute alte messer trick funktioniert nicht mehr und die gefahr sich in die finger zu schneiden ist ihnen einfach zu hoch dazu wollen sie nicht immer jemanden um hilfe bitten na dann habe ich hier die lösung für sie mit dem one touch glas öffner haben sie weder blutige hände noch brauchen sich hilfe von anderen leuten erst ganz einfach zu benutzen nur ein knopfdruck reicht um ihn zu aktivieren und den zauber beginnen zu lassen ganz einfach und ohne anstrengung öffnet der glasöffner jedes glas ausnahmslos und ohne probleme er benötigt zwei mikron batterien um zu starten und wenn der glasöffner dreckig ist ganz einfach feucht abwischen und abtrocknen unter gadget.de ist er gerade runter gesetzt auf 29 euro 90 zögern sie also nicht und holen sie sich ihn noch heute